Jo Freunde, es gibt wieder Gratis-Items, die wir uns freischalten können. Ein Item, das kann sich eigentlich jeder freischalten. Ansonsten noch ein paar Items, unter anderem ein Skin, können wir uns auch freischalten, was man dafür machen muss. Zeige ich euch direkt. Kurz vor Ort nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an alle, die heute Morgen im Twitch-Stream dabei waren. War mega nice. Fettes Danke, wirklich. Wir waren über 2000 Live-Aufrufe. Und ja, falls ihr noch nicht da wart oder noch nicht reingeguckt habt, gerne mal reinschauen. Link unten in der Beschreibung, erster Link. Einfach mal reinschauen, gerne Follow da lassen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Worum geht es jetzt hier? Es geht hier um Gratis-Items. Und das ist unter anderem ein Gratis-Item, was jeder sich abholen kann. Das Ganze ist einfach ein Spray-Motiv. Polito heißt das. Und das können wir bekommen, indem wir einfach zwischen dem 6. Mai um 16 Uhr und dem 8. Mai um 16 Uhr auf Twitch insgesamt eine Stunde lang Fortnite-Streams anschauen. Das Ganze müsste für alle Fortnite-Streams funktionieren. Also, im Prinzip müsste ich auch dazu gelten. Deswegen einfach draufgehen. Dann auch bei mir vielleicht. Ich werde nochmal eine Neuerung machen oder das auch in die Beschreibung schreiben dann, wenn es funktioniert. Einfach eine Stunde gucken bei irgendeinem Fortnite-Streamer. Und dann sollte man direkt hier das Spell-Motiv bekommen. Natürlich, Epic Games-Konto und Twitch-Konto hier muss verknüpft sein. Das kann sich eigentlich jeder abholen. Ist nicht schwierig. Gratis-Item würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten gibt es ein paar Sachen, die können sich einige abholen. Und da kommen wir schon zu den neuen Chica-Sachen. Das ist nämlich der neue Ikonen-Skin. Chica kennt vielleicht einige von euch. Ist eine Content-Creatorin. Spielt schon seit Anfang an, glaube ich, auch irgendwie Fortnite. Kommt aus Brasilien oder ich weiß es nicht genau. Irgendwo in diesem Bereich kommt die her. Und ja, die ist erstmal mit ihrem ganzen Set hier ab dem 8. Mai um 2 Uhr morgens im Itemshop verfügbar. Und am 5. Mai, also morgen, findet ein Chica-Cup statt. Und dort kann man teilnehmen. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier nochmal kurz den Trailer an. Dann könnt ihr euch das einmal kurz ansehen. Hier ist nämlich schon mal der Rucksack. Hier ist das Outfit. So sieht das aus mit den Stilen. Dann der andere Rucksack. Dann habt ihr gleich, glaube ich, noch zwei Tänze. Gucken wir uns auch an. Ja, und den könnt ihr euch freischalten. Wenn ihr gut seid. Ihr geht gleich mal rein, was ihr genau machen müsst oder welchen Platz ihr erreichen müsst. Und hier nochmal ein Tanz. Und das ist einfach der Ententanz. Man kennt ihn im Deutschen als Ententanz. Ich weiß nicht, ob der sie berühmt gemacht hat. Gucken wir uns gleich nochmal an. Das ist der Stil. Also der Skin in den drei Stilen kann man dann bekommen. Und sich dann noch im Itemshop kaufen. Und das ist noch das Rückmachs. Das sieht auch sehr nice aus in diesen zwei Stilen. Und hier die Spitzhacke. Das ist der Ententanz hier einfach. Polotanz nennt er sich hier. Ich denke, die meisten von euch werden den kennen. Oder viele von euch. Den gibt es dann auch. Finde ich sehr, sehr nice. Und ja, jetzt zum Chica Cup. Fünfte, fünfte. Wir gucken gleich nochmal im Wettkampf-Tab rein. Und dort können wir uns das Chica Outfit mit Rückenaccessoire hier freischalten. Und ebenfalls noch ein Spraymotiv Chica war hier. Und das ist für alle Leute, die acht Punkte im Cup erreichen. Schaffe ich auch. Also das sollten auch eigentlich alle von euch schaffen hier. Und Chica Cup ist, glaube ich, Platz 1800. Müsst ihr da erreichen. Gucken wir gleich nochmal rein. Und das hier die Punkte. Also im Prinzip, wenn ihr Platz 14 einmal schafft, habt ihr acht Punkte, habt ihr direkt hier das Spraymotiv fertig. Also eigentlich super, super easy, falls ihr das haben wollt. Wir gehen mal kurz in die offiziellen Regeln rein, würde ich sagen. Okay, und einmal runter. Ja, also hier Preise Europa, Platz 1 bis 1800. Ihr bekommt das Outfit und Rückenaccessoire. Und dann acht Punkte, Spraymotiv. Also acht Punkte sollte eigentlich jeder schaffen. Ist ein Duo-Turnier. Und das erstmal dazu. Ich gehe nochmal kurz in den Wettkampf-Tab rein. So, da ist er noch schon. Also fünfte Mai. Ich mache mal Camp weg, dann sieht man es alles. Und ist 19 bis 22 Uhr. Geht eigentlich auch noch klar. Ist ganz entspannt abends. Und Preisebelohnung wären dann genau acht Punkte. Episch. Schicker war hier. Das Spraymotiv hatte ich euch gezeigt. Und die Top 1800 bekommen halt das Outfit und das Rückenaccessoire. Ja, das ganze Duo-Turnier steht auch diesmal. Letztes Mal war es irgendwie falsch angezeigt. Das auf jeden Fall dazu. Macht auf jeden Fall mit. Und ich würde sagen, holt euch auf jeden Fall auch das Spraymotiv ab. Dann ab dem 6. ab übermorgen. Einfach auf Twitch reinschauen. Schaut gerne bei mir. Schaut gerne bei anderen Lieblingstümern vorbei. Das gibt es natürlich dann gratis. Das auch zum Video. Wenn es euch gefallen hat, geholfen. Gerne Liken da lassen. Gerne Abo da lassen. Und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.